Unser Sender ist Partner der regionalen Wirtschaft und Institutionen. Diese Sendung entstand in Kooperation mit dem Krankenhaus der barmherzigen Brüder. Heute geht es um ganz junge Patienten bei uns und um eine Erkrankung, die schon nach der Geburt auftreten kann und die man auf alle Fälle behandeln muss, denn sonst drohen Langzeitschäden. Herzlich willkommen zum TVA Gesundheitsforum. Wir sprechen heute über den sogenannten Hodenhochstand bei Jungen und wie man ihn behandeln kann. Und bisher, da kamen oft Hormontherapien zum Einsatz, aber es sieht so aus, als bewirken die gar nicht viel. Da gibt es nämlich neue Erkenntnisse. Und bei uns zu Gast im Studio sind heute zum einen Professor Wolfgang Rösch von den Kuno-Kliniken Regensburg. Er ist der Chefarzt der Klinik für Kinderurologie in St. Hedwig. Und Guido Judex, er ist in zweiter Generation niedergelassener Kinderarzt in Regensburg und Obmann der Oberpfälzer Kinderärzte. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Guten Abend, Herr Rösch. Herr Professor Rösch, wir wollen jetzt keine Angst schüren bei werdenden Eltern vielleicht oder bei betroffenen Familien, aber es kann immer wieder vorkommen, dass die Hoden bei den Neugeborenen ihren Weg aus dem Bauchraum nicht richtig gefunden haben. Dann spricht man vom Hodenhochstand. Was passiert denn da sozusagen bei den Kindern oder was passiert eigentlich nicht während der Entwicklung der Kinder? Ja, die Hoden entstehen sehr weit oben im Bauchraum, in der Nähe der Nieren und müssen einen langen Weg durch den Bauchraum auf der Hinterseite des Bauchraumes entlang, durch die Leisten hindurch bis in den Hodensack finden. Und auf diesem Wege kann es dazu kommen, dass sie entweder dort stehen bleiben und sich nicht weiterentwickeln, sich sogar verdrehen können, dann ist gar kein Hoden zu sehen oder zu tasten. Oder die meisten bleiben, wenn sie nicht bis nach unten den Weg schaffen, in der Leiste stecken sozusagen. Dann haben wir den klassischen Hodenhochstand, den Leistenhoden. Es sind etwa drei Prozent der Reifenneugeborenen betroffen. Bei den Frühchen ist es noch ein bisschen höher, bis zu fünf Prozent, wenn der Geburtstermin vor dem errechneten Termin liegt. Wir haben noch eine gewisse Chance, dass er nach unten gehen kann in den ersten drei Lebensmonaten, sodass wir am Ende des ersten halben Jahres so etwa bei einem Prozent sind. Das ist damit die häufigste kongenitale, also angeborene Fehlbildung der männlichen Säuglinge. Sie haben schon gesagt, es gibt noch eine Chance, wenn man jetzt bei der Geburt feststellen würde, die sind noch nicht nach unten gewandert. Wie hoch ist die in etwa oder wie lange kann man denn da noch abwarten, sage ich mal? Also die Chance ist eben, dass sich die Häufigkeit von drei Prozent auf etwa ein Prozent verringert. Das heißt, drei von hundert, zwei schaffen es noch, dass er den Weg nach unten findet. Einer wird übrig bleiben, der dann einer Behandlung später bedarf. Herr Judex, alle, die schon Eltern geworden sind, die wissen, es gibt eigentlich gleich in den ersten Tagen Vorsorgeuntersuchungen. Eine gute Nachricht vielleicht zumindest für die Betroffenen, man kann die Krankheit wirklich sehr schnell diagnostizieren. Bei welchen Untersuchungen wird denn das kontrolliert? Also bei den Routinevorsorgeuntersuchungen, wie Sie schon erwähnt haben, die erste, die dort ärztlich durchgeführt wird, ist ja die U2, meistens dritter, vierter Lebenstag. Und da gehört es wie bei jeder Vorsorgeuntersuchung dazu, einfach die Hoden zu tasten, was nicht immer ganz einfach ist. Also insofern muss man dort tasten, ob man den findet. Wenn der Kollege, die Kollegin in der Klinik meistens das dann nicht findet, dann wird eben das mit den Eltern besprochen, es kommt ein Vermerk ins Vorsorgeheft. Und wir können dann mit weiteren Vorsorgeuntersuchungen schauen. Das ist eben auch der Vorteil, wie es der Professor Rösch gerade dargestellt hat, dass es hier nicht was ist, wo ich sofort was tun muss. Und ich habe ja auch noch die Chance, dass sich was entwickelt. Sodass wir dann bei der U3, wenn wir meistens in den Praxen die Kinder das erste Mal sehen, mit vier bis sechs Wochen nochmal nachschauen. Dann kann man auch schon versuchen, sie noch zu Hause nochmal zu tasten. Wenn man ihn nicht tastet, ist dann oft so schwierig, wo befindet er sich. Wenn man eine kleine Leiste tastet und kann ihn einfach nicht bewegen, dann weiß man wirklich, was es ist. Und bei den nächsten Vorsorgen, wenn er wiederholt nicht findet, dann wird die Chance immer geringer, dass er noch nach unten kommt. Und dann können wir eben den Weg in die Kinderurologie planen, wo dann die weitere Behandlung stattfindet. Aber die Babys, die Kinder haben zunächst mal keine Schmerzen, sollte sich der Hoden da noch nicht ganz entwickelt haben. Überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Selbst in dem seltenen geschilderten Fall, dass der Hoden sich verdreht auf dem Weg, was auch nach der Geburt nochmal passieren kann, scheint interessanterweise da nichts an Schmerzen zu sein. Aber diese Hodendrehung meistens, wo er dann verschwindet, findet sowieso im Mutterleib statt, wo wir von Schmerzen ja nichts mitbekommen würden. Der verschwundene Hoden selber tut gar nicht weh. Da ist gar nichts. Herr Professor Resch, jetzt müssen die Neugeborenen auch noch nicht sofort behandelt werden. Wir haben schon gehört, es gibt noch die Chance, dass die Hoden vielleicht doch noch sich selber in die richtige Lage bringen. Aber was passiert, wenn sie jetzt nicht kommen? So ab welchem Zeitraum sollte man dann wirklich schon eine Behandlung planen? Ja, also hier steht die gute Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kollegen natürlich im Vordergrund, weil die machen die Betreuung während des ersten halben Jahres. Und wenn sechs Monate rum sind und der Hoden ist immer noch nicht an der richtigen Stelle, dann muss man überlegen, dass sie eben an einer Klinik vorgestellt werden, wo Hodenhochstände korrigiert werden können. Bislang war es eben so, dass man zu diesem Zeitpunkt dann nochmals den Versuch einer Hormontherapie eingeschoben hat. Und wenn dies nicht erfolgreich gewesen ist, dann sollte zum Ende des ersten Lebensjahres der Hoden an die richtige Stelle gebracht werden. Das ist heute nach den Leitlinien die Empfehlung, damit durch die Wärme, die im Leistenkanal ist, keine weitere Schädigung des Hodengewebes auftritt. Man muss wissen, dass die Temperatur im Leistenkanal um drei bis vier Grad höher ist als im Hodensack. Und das alleine macht schon aus, dass sich das Gewebe nicht so gut entwickeln kann. Da reichen drei, vier Grad. Wie das dann funktioniert, wenn tatsächlich eine Operation nötig ist, was es noch an Nachsorgeuntersuchungen gibt, viel Gesprächsstoff heute und wir sprechen gleich weiter im zweiten Teil unseres Gesundheitsforums. Willkommen zurück zum TVA Gesundheitsforum. Wir sprechen heute über den sogenannten Hodenhochstand. Wir haben jetzt im ersten Teil schon gehört, was das ist. Da spricht man davon, wenn sich Hoden bei Neugeborenen nicht ganz in die richtige Position gebracht haben, vielleicht noch im Bauchraum sind. Und Herr Professor Rösch, Sie haben es auch schon gerade gesagt, früher oder man schiebt teilweise dann auch noch eine Hormontherapie ein. Ich kann mir auch vorstellen, die Eltern sind erstmal ein bisschen schockiert, wenn sie vielleicht hören, ihr Kind soll operiert werden. Wie sollte denn oder wie lief so eine Hormontherapie ab und was hätte die eigentlich bringen sollen? Ja, der Hintergrund ist, dass nach der Geburt es zu einem Hormonanstieg kommt. Ähnlich wie in der Pubertät, nicht so ausgeprägt. Aber dieser Hormonanstieg wurde lange Zeit dafür verantwortlich gemacht, dass die Zellen des Hodens in ihre Reifeform übergeführt werden. Und wenn jetzt ein Hodenhochstand vorhanden war, ist man davon ausgegangen, dass dieser Hormonanstieg ungenügend oder überhaupt fehlend gewesen ist und man durch diese Hormontherapie sozusagen künstlich diesen Anstieg nachempfindet und dadurch das Hodengewebe ausreift. Das hat zur Folge zum einen, oder glaubte man, dass dadurch der Hoden noch nach unten treten kann und vor allem, dass man vorbeugt, dass es später keine Zeugungsunfähigkeit geben kann. Jetzt haben aber Studien bewiesen, über die Länge der Zeit, große Analysen, die weltweit verglichen worden sind, dass der Effekt, dass der Hoden nach unten geht, gerade mal 20 Prozent sind und von denen aber wieder 5 Prozent nach oben gehen. Das war die eine Geschichte und die andere, was eben wirklich neu ist, dass es sehr angezweifelt wird, ob diese Mini-Pubertät, wie man sie auch nennt nach der Geburt, wirklich einen Effekt auf die Umwandlung dieser Stammzellen etwas zu tun hat. Das ist einfach der Fortgang der Forschung, dass man mit den Stammzellen inzwischen besser umgehen kann und da sieht man, dass die Hormone nur einen ganz geringen Einfluss haben und dass es viel wichtigere Faktoren gibt, die hormonunabhängig sind, die diese Umwandlung machen und deswegen kommt man zu dem Schluss, dass eher die Nebenwirkungen dieser Therapie größer sind als die Wirkung und deswegen kommt man weltweit eigentlich davon ab und werden auch die Leitlinien in den USA, in Skandinavien und jetzt auch in Deutschland dahingehend geändert. Also ich könnte mir vielleicht auch stellen, so intuitiv als Eltern, man denkt, naja, probieren wir es doch, aber man ist sich gar nicht mehr sicher, ob das wirklich ohne Nebenwirkungen abläuft. Das ist nachvollziehbar und mit dem jetzigen Stand der Forschung sind wirklich die Nebenwirkungen, die Komplikationen größer als der Erfolg, den man zu erwarten hat und deswegen wird es nicht mehr empfohlen. Herr Judix, die Operation stellt sich also da zunehmend sozusagen als Therapie der Wahl heraus, aber auch da kann man die Eltern etwas beruhigen, wie viel Vorlaufzeit, wie viel Planungszeit hat man denn, wenn es sich abzeichnet, mein Kind braucht tatsächlich eine Operation? Also das ist eben eigentlich auch das Schöne, dass wir nicht am Anfang, wo so viel neu ist, also jeder, der Kinder hat, kann das nachvollziehen bei der U3, es ist eine Fülle neuer Informationen, nicht nur von ärztlicher Seite, auch von allen außen rum, wenn er auch sagt, ja okay, und übrigens morgen gehen Sie in die Klinik und werden operiert, das wäre eine ganz andere Situation. Man kann sagen, wir schauen erst einmal, ob die kommen. Natürlich kommt die Frage, was passiert, wenn nicht, dann kann man das erklären, aber man kann erfreulicherweise auch hier in Regensburg die Eltern wirklich versichern, dass wir da extrem kompetent betreut werden. Das ist auch ein echtes Privileg, was man im Gespräch mit Kollegen aus anderen Regionen schon immer wieder zu schätzen lernt auch, muss man auch sagen. Und dann kann man das bei den nächsten Vorsorgen, wo dann einfach schon etwas mehr Ruhe zu Hause ist, immer wieder besprechen und dann würden wir so eben im Rahmen der U5 spätestens, wenn dann wirklich die Hoden immer noch nicht tastbar sind, dann ist das Kind ein halbes Jahr alt, eben den Weg in die Kinderurologie planen und kann dann wirklich da die Eltern beruhigen. Aber man kann eben auch aus Erfahrung, es sind ja wirklich einige Kinder, die da operiert werden, also wir haben etliche Patienten und man kann es auch aus der Erfahrung berichten, es läuft gut, es geht für die Kinder, es ist eigentlich viel weniger Stress als für die Eltern. Für die Eltern ist es mehr Stress. Das kann ich mir vorstellen. Jetzt haben Sie zu Hause vielleicht schon die nächste Frage, ja, wie läuft denn dann so eine Operation ab? Was wird da gemacht? Dazu haben wir Ihnen jetzt mal einen kleinen Filmbeitrag vorbereitet. Auf dem Operationstisch in der Regensburger Hedwigsklinik liegt ein etwa ein Jahr alter Junge. Seine beiden Hoden sind zwar angelegt, sind aber bisher nicht in ihre natürliche Lage im Hodensack gewandert. Unter Vollnarkose werden die Chirurgen die beiden Hoden in einer circa einstündigen Operation in die richtige Position bringen. Die Operation erfolgt minimalinvasiv, nur mit kleinen Schnitten und speziellen Instrumenten. Über den Bauchnabel führen die Ärzte eine spezielle Kamera ein, um die Hoden zunächst ausfindig zu machen. In diesem Alter sind die Hoden des Jungen etwa so groß wie eine Bohne und auf dem Monitor weiß zu erkennen. Auch Samenleiter und Blutgefäße sind gut ausgebildet. Zunächst wird Professor Wolfgang Rösch den Hoden auf der rechten Seite mobilisieren, das heißt Verwachsungen lösen, damit er bewegt werden kann. Anschließend erfolgt ein kleiner Schnitt von außen. Eine Verbindung zwischen Hodensack und Leiste wird geschaffen. Mit größter Vorsicht verlagert der Kinderurologe den ersten Hoden an die richtige Stelle. Hier zeigt sich der Vorteil dieser Operationsmethode. Dem Jungen bleibt ein großer Schnitt durch die Bauchdecke erspart. Der Chirurg kann mit den Instrumenten ein großes Gebiet im Inneren des Körpers überblicken und erreichen. Diese Prozedur wird anschließend auf der anderen Seite wiederholt. Geht alles gut, ist die Behandlung mit einer Operation abgeschlossen. Ja, Herr Professor Rösch, das waren Sie bei der Operation. Vielleicht, wenn Sie es uns nochmal zusammenfassend für den Laien ein bisschen erklären, was machen Sie da im Prinzip? Also der Filmbeitrag, der hat natürlich die gravierendste Form des Hodenhochstandes beschrieben. Der Bauchhoden. Das heißt, der Hoden ist überhaupt nicht in den Leistenkanal eingetreten. Das sind Gott sei Dank die seltenen Fälle. Die müssen laparoskopisch behandelt werden. Der normale Hodenhochstand wird durch eine ganz kleine, offene Operation gemacht. Das ist ein Schnitt, der ist ein bis zwei Zentimeter groß in der Leiste. Und dort wird der Hoden aufgesucht und dann auch nach unten in den Hodensack verlagert. Der Eingriff dauert in der Regel 20 Minuten. Mit Narkose ein- und Ausleitung eine gute halbe Stunde. Und er ist vergleichsweise wenig belastend für die Kinder. Er wird in erster Linie auch mit ausgeprägter Regionalanästhesie durchgeführt, sodass die Kinder den ersten Tag nach der Operation wirklich auch weitgehend schmerzfrei sind, auch nach der Narkose. Bleiben die dann im Krankenhaus noch ein, zwei Tage? Maximal eine Nacht. Es kommt immer darauf an, bei den Kindern, wo der Bauchhoden verlagert wurde, die lassen wir in jedem Fall eine Nacht bei uns zur Überwachung. Mit der Mutter natürlich im Zimmer und werden am nächsten Früh nochmal die Lage kontrolliert und dann können sie nach Hause gehen. Ja, dann geht es auch schon weiter sozusagen mit der Nachsorge. Trotzdem haben manche Eltern vielleicht noch Sorgen, was die Zeugungsfähigkeit später anbelangt. Darüber sprechen wir gleich im dritten Teil unseres Gesundheitsforums. Sie sehen das TVA Gesundheitsforum heute mit Professor Wolfgang Rösch von der Kinderklinik St. Hedwig und Guido Judex. Er ist niedergelassener Kinderarzt in Regensburg. Und wir sprechen heute über den Hodenhochstand. Herr Professor Rösch, wir hatten jetzt bisher die Situation, dass also seit der Geburt eigentlich die Hoden noch nicht in der richtigen Position waren bei den Jungen. Das ist eine Variante. Es kann aber auch mal vorkommen, dass die Hoden zwar anfangs vielleicht da sind, aber dann wieder im Bauchraum verschwinden. Ja, das ist tatsächlich auch die Möglichkeit. Das eine nennt man den Pendelhoden, dass der Hoden spontan im Hodensack ist, aber auch zeitweise in der Leiste ist. Der ist nicht behandlungsbedürftig, aber eben überwachungsbedürftig. Wir wissen heute, dass etwa 30 Prozent dieser Fälle tatsächlich noch zu einem richtigen Hodenhochstand werden. Und die können dann aber auch im Alter von fünf oder sechs Jahren, wenn das so weit ist, noch rechtzeitig dann operiert werden, ohne dass sie einen Schaden haben. Aber es muss eben überwacht und rechtzeitig korrigiert werden. Die zweite Gruppe ist, die sind bislang unterschätzt worden. Man hat früher immer gemeint, die sind nicht erkannt worden. Das sind tatsächlich Hoden, die nach dem ersten Lebensjahr auch noch nach oben gehen. Deshalb ist es wirklich wichtig, dass man die Vorsorgeuntersuchungen bei den kinderärztlichen Kollegen draußen regelmäßig machen lässt. Und dort wird dann auch rechtzeitig erkannt, dass tatsächlich sekundär Veränderungen auftreten. Kann das mir, Herr Judex, als Eltern auch auffallen, wenn da vielleicht plötzlich ein Hoden wieder hochwandert oder hochpendelt? Oder ist das eher Sache des Arztes dann? Also wenn ich überlege, mir fällt kein einziger Fall ein, wo das so gewesen wäre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Eltern da regelmäßig untersuchen. Am Anfang ist es wirklich auch schwierig, muss man ganz ehrlich sagen, da die zu finden. Und bei den größeren Kindern guckt man auch nicht mehr. Und erfreulicherweise deckt sich auch am Anfang die ersten Jahre der Intervall der Vorsorgeuntersuchung genau mit den Leitlinienempfehlungen. Einmal im Jahr sollte man einfach nach der Hodenlage gucken. Also es ist jetzt nicht so, es läuft dumm, ich habe die Vorsorge gemacht und einen Monat später verschwindet der Hoden. Dann passiert in diesem Zeitraum nichts Dramatisches. Man hat also schon einen längeren Zeitraum. Bis fünf Jahre sind eben jährliche Vorsorgen dann ja vorgesehen. Dann ist es leider etwas dünner und auch noch nicht im Breiten angekommen. Im kompletten Vorsorgekatalog, dass die sogenannten neuen Vorsorgen, die es seit einigen Jahren gibt, bei allen Kindern durchgeführt werden. Das ist aus mehreren Aspekten wäre sinnvoll. Aber auch eben bei dieser Sache des Hodenhochstandes einfach regelmäßig beim Arzt schauen. Wir empfehlen den Eltern schon auch regelmäßig selber zu Hause zu kontrollieren. Dass man einfach, wenn das Kind entspannt in der Badewanne sitzt, wenn es ist, dass man einfach mal nachschaut. Aber es kommt dann irgendwann das Alter, wo das Kind es verweigert. Weil die Eltern sich nicht sicher sind und dann schauen halt wir nach. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück gedanklich. Wir sind sozusagen noch mal bei den Kindern, die operiert wurden, wo die Hoden dann in die richtige Position gebracht wurden. Was gibt es denn da dann an Nachsorge? Wie oft müssen dann Eltern mit ihren Kindern zunächst mal zur Kontrolle kommen? Also vielleicht noch eine schöne Kleinigkeit. Wir müssen nicht mal Fäden ziehen. Also das sind selbstauflösende Fäden. Diese Prozedur, die dann bei den Kindern auch nicht so schön wäre, auch die entfällt jetzt. Die werden am Anfang natürlich nach Vorentlastung der Klinik angeschaut. Wir schauen dann auch noch mal drauf. Und dann eigentlich, wenn es unauffällig ist, muss direkt postoperativ keine, also direkt nach der Operation keine große regelmäßige Nachsorge sein. Aber halt eben die regelmäßige Kontrolle im Rahmen der Nachsorgen, ob dieser Hoden nicht halt doch wieder aufgestiegen ist. Das kann sehr selten auch noch mal passieren, auch wenn er gut operiert wurde, dass sich doch irgendwas gelöst hat, dass der Zug zu stark war, was auch immer. Ich glaube, das wissen wir nicht. Das wissen Sie besser, Herr Rösch. Und dann auch später die Jugendlichen dazu anzuleiten, das selber zu machen, dort selber zu gucken. Auch in Anbetracht, das ist ein kleiner Weg, die Jungs insbesondere dazu zu bringen, auf ihre eigene Gesundheit zu achten. Ich habe vorhin überlegt, vor wenigen Wochen war in mehreren Großmedien auch das Thema, warum Männersterblichkeit so viel höher ist. Es liegt auch an vielen Punkten daran, dass wir uns weniger um unsere eigene Gesundheit kümmern. Das kann man denen auch nur mit an die Hand geben. Das Thema Brustkrebsvorsorge bei Frauen ist ein großes Thema. Bei den Jungs findet das sehr wenig statt, obwohl es auch dort den Hodenkrebs, den Hoden-Tumor gibt, der jetzt nicht die kleinen Kinder betrifft, aber ältere Jugendliche und junge Erwachsene schon. Und wenn die eben regelmäßig geschult werden, selber zu schauen und dann, wenn ihnen irgendetwas komisch vorkommt, einfach zum Arzt zu gehen und voller Vertrauen über dieses unangenehme Thema zu sprechen, dann ist ein Riesengewinn sicher da für die Gesundheit. Kann man da die Eltern vielleicht schon, ich sage mal, vor der Pubertät ein bisschen sensibilisieren oder sagen, klärt eure Kinder noch auf, solange die noch euch zuhören? Ja, also das ist uns ein großes Anliegen, was der Herr Judex hier eben gesagt hat. Auch den Urologen gibt es auch extra Initiativen dafür, weil im Hodenkrebs ganz eine besondere Form des Hodenkrebses vor allem zwischen dem 16. und 25. Lebensjahr auftritt. Und die Vorsorge wie die Brustkrebsvorsorge ist ganz wichtig, dass die Jungs tatsächlich auch wirklich tasten, schauen, ob die Oberfläche des Hodens glatt ist, ob der Hoden nicht fester ist. Das merkt man sofort. Und dass sie sich auch trauen, was zu sagen. Nicht nur, dass sie es feststellen und dann damit herumlaufen und es für sich behalten, sondern dass sie wirklich auch so offen sind und es sagen. Und deswegen ist es eben wichtig, dass die Eltern sie aufklären, dass sie das tun und dass sie mit dem Thema offen umgehen können. Jetzt ist eine Sorge vielleicht auch bei manchen Eltern, wenn die tatsächlich die Kinder operiert wurden, die Hoden anfangs nicht an der richtigen Stelle lagen. Wie sieht es denn da später mal aus im Erwachsenenalter mit der Zeugungsfähigkeit? Kann man dazu was sagen? Also die Zahlen heute, die man kennt, sagen, dass wenn der Hoden nur auf einer Seite betroffen gewesen ist und zu einer, zur damaligen Zeit war das immer um das zweite Lebensjahr korrigiert wurde, dass dann keine Unterschiede sind in der Vaterschaftshäufigkeit. Beim beidseitigen Hodenhochstand sehr wohl. Da geht man davon aus, dass man durch die rechtzeitige Operation jetzt eben mit Ende des ersten Lebensjahres eine weitere Schädigung des Gewebes durch die Wärme verhindern kann. Und geht auch davon aus, dass die Vaterschaftsraten höher werden. Die genaue Ursache dafür ist aber letztendlich nicht geklärt. Herr Judex, jetzt sind wir fast am Ende unserer Sendung. Wie lang kann ich denn mit meinem Kind, sage ich mal, zum Kinderarzt noch kommen und wann erfolgt dann vielleicht der Wechsel zum anderen Arzt? Wegen der Kürze der Zeit nennen wir nämlich die komplette Berufsbezeichnung, das ist ja der Kinder- und Jugendarzt. Von der Definition des Sozialgesetzbuches bis zum 18. Geburtstag. Streng genommen das Quartal, wo er 18 wird, ist das letzte bei uns. Und wir machen das eigentlich auch gern. Also die Jugendvorsorge, die Jugendvorsorge-Untersuchungen mit 12, 13 Jahren, und es gibt auch da eine neue mit 16, 17 Jahren, die auch noch nicht bei allen Kassen angeboten wird, leider, sind sicher sehr, sehr wichtig. Ich sage es manchmal im Gespräch mit den Jugendlichen dann so, vielleicht ist es naiv zu hoffen, dass es ein bisschen was für die eigene Gesundheitsvorsorge bringt, aber man kann viele Themen ansprechen. Die Jugendlichen haben auch ein großes Recht, auch nicht nur in diesem Rahmen zu uns zu kommen, sondern auch zu anderen Zeitpunkten Themen anzusprechen. Und die Eltern, die werden, unterliegt das auch gegenüber den Eltern der Schweigepflicht. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache, dass es nicht nur bei diesem Bereich der Geschlechtsorgane, sondern auch bei anderen Themen, die sich einfach melden können, irgendwas ist. Wir besprechen das, wir versuchen das zu klären. Und es ist nicht so, dass wir automatisch sofort die Eltern anrufen, sondern der Jugendliche soll eben auch hier ins Erwachsenenalter übergeführt werden und Eigenverantwortung übernehmen. Das ist ein eigener Patient bei Ihnen. Ja, dann danke ich Ihnen beiden für die Informationen. Danke Ihnen, dass Sie im Studio waren. Danke, dass wir da sein durften. Vielen Dank, dass wir die Gelegenheit hatten, das Thema anzusprechen. Und bedanke mich auch bei Ihnen zu Hause, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen. Verabschiede mich für diesen Monat und sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Unser Sender ist Partner der regionalen Wirtschaft und Institutionen. Diese Sendung entstand in Kooperation mit dem Krankenhaus der barmherzigen Brüder.